Willkommen beim letzten Durchgang bei der Europameisterschaft in Nisch, wo uns Elisabeth Egger etwas über Fliegen mit Freunden beim Wettbewerb erzählt und Julia Jaws uns aufklärt, ob es einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen in der Luft. Ja, also ich muss sagen, ich freue mich immer, wenn ich Menschen von unterschiedlichsten Nationen treffe. Wenn das Mädels sind, natürlich noch besser, weil wir nicht so viele sind am Wettkampf. Aber umso schöner ist es, wenn man sie dann wieder sieht. Und ich genieße es einfach, das gemeinsame Fliegen, wenn man sie dann auch in der Luft wieder erkennt, mal rüberwinkt, Foto macht, dann ins Gassteig davonflickt. Nein, immer wieder schön, wenn man sich gemeinsam trifft und wenn man sich auch gegenseitig pusht. Also auch die Konkurrenz, was man hat in der Luft, das ist einfach motivierender, wenn man weiß, mit wem man da oder neben wem man da gemeinsam fliegt, als wenn es einfach nur irgendjemand ist. Und ich glaube schon, dass wir uns unter den Mädels eigentlich ganz gut gegenseitig erkennen und eigentlich uns jedes Mal freuen, wenn wir uns gemeinsam in der Luft treffen. Also ich muss ehrlich sagen, bisher habe ich den Unterschied stärker gemerkt. Bisher bin ich immer noch einen C-Schirm geflogen, das ist jetzt eh mein erster Wettbewerb mit einem Zweiliner, mit meinem ersten Wettkampfschirm und jetzt merkt man den Unterschied schon deutlich weniger. Aber gestern waren die Bedingungen ein bisschen ruhiger und die Leute haben scheinbar ihr Vollgas wiedergefunden. Da habe ich den Unterschied dann doch wieder deutlich gemerkt. Und ja, wie die Eli gerade schon gesagt hat, die lädt nochmal deutlich, deutlich mehr auf. Und ja, wenn die Eli ins Gas steigt, dann sehe ich sie nur noch von hinten. Ja, also ich glaube, die kommenden zwei Tage werden zum Fliegen nochmal richtig schön werden. Also die Bedingungen schauen gut aus. Ich hoffe, dass wir nochmal ein bisschen Gas geben können, weil noch einiges offen ist. Also sowohl die Julia als auch ich sind da noch in Reichweite vom Podium. Also schauen wir mal, was sich noch ausgeht. Gut fliegen, Spaß haben, Gas geben und dann schauen wir weiter. Und auch Niklas dreht auf nach einer kurzen Episode am Startplatz, aber dazu später mehr. So, herzlich willkommen im Cockpit. Wir sind heute bei dem vorletzten Cast von der Europameisterschaft. Ja, tricky Verhältnisse am Start. Es ging sehr lange gar nicht oder nur sehr schwach. Das heißt, alle Piloten haben dann am Start gewartet. Und es war ein bisschen stressig. Keiner hat sich getraut zu starten, weil keiner wusste, ob es hoch geht oder nicht. Ich bin jetzt in der Luft, habe es auch hoch geschafft, bin jetzt irgendwie so 700, 800 Meter über dem Startplatz schon. Noch lange nicht an der Basis. Wieder wie gestern sind draußen im Flachen übernies schon Leute ganz oben an den Wolken. Da müssen wir wahrscheinlich auch noch hin. Aber erstmal heißt es weiter Höhe machen. Das denkt sich auch Ferdinand Vogel. Darauf zu achten ist heute, dass die Höhenbegrenzung bei 3000 Meter liegt. Die dürfen nicht im Wettbewerb überflogen werden. So, ja, heute ist wieder ein interessanter Start. Wir haben noch 30 Sekunden bis zum Start und zwei Kilometer bis zum Starten hier. Trotzdem hat sich keiner so richtig getraut loszufliegen, weil es ein langer Task ist. Am Anfang gibt es sowieso keine Leading Points und das wollte eigentlich nur jeder möglichst hoch auf den anderen drauf sitzen. Jetzt endlich fliegen wir los. Ich bin so in der Mitte ungefähr vom Feld, von der Höhe her. Aber, ja, schauen wir mal, was es wird. 100 Kilometer nach Süden. So, ganz schönes Chaos. Keiner weiß so richtig, welche Linie jetzt die optimale ist. Deshalb wird die ganze Zeit zickzack geflogen. Ich glaube aber jetzt da vorne, da bildet sich eine schöne Wolke, dass das unser Ziel sein wird erstmal. Einmal noch Höhe tanken vor dem Endanflug und dann geht es für Baumi im Vordergrund und Ferdinand im Hintergrund in den Endanflug ins Ziel. So, Team Deutschland heute mal komplett im Ziel. Neben mir der Niklas. Niklas, ich glaube, du hattest irgendeinen fetten Stress am Startplatz. Was war da los? Ja, also ich habe mir irgendwie über Nacht, keine Ahnung, einen ziemlich krassen Knoten in die Bremsebene reingemacht. Und den haben wir ewig nicht rausbekommen. Das hat ewig gedauert. Und haben wir jetzt auch noch rausgekriegt mit einer leichten Beschädigung an der Leine. Dann haben wir einfach eine Notleine, falls du reißt, nur wieder reingeschnürt. Und dann bin ich quasi mit als Letzter gestartet und kam gerade so zum Startzeitpunkt an die Basis hoch. War eine knappe Geschichte, aber ist alles gut gegangen zum Glück. Ja, also ich habe dich dann gesehen. Du warst da so tief voraus, bist einfach vorausgeballert. Und ich habe schon gedacht, oh oh Niklas. Und dann, bumm, hast du die erste Thermik erwischt und warst die ganze Zeit eigentlich super, super geil im Führungsburg dabei. Gratuliere. Ja, bei mir war es dann so, wir mussten ja jetzt durch die höheren Berge durch. Da habe ich mich endlich wieder wohl gefühlt. Und dann sind wir aus den Bergen wieder rausgespuckt worden. Und über der Stadt, da ging es eigentlich nur runter. Ich weiß nicht, wie es die da ging. Ich habe dann noch irgendwie einen so einen Halten Dusty erwischt, um nochmal ein bisschen Höhe zu machen, um ins Ziel zu kommen. Aber der war ein bisschen schwächer als das, was die anderen hatten. Wie lief es dir da? Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich war nochmal ein Stockwerk tiefer. Bin da auch mitgeflogen einfach. Hab eine schlechte Linie gequält. Und stand fast schon am Boden, also am Ortseingang da bei der Stadt. Da hat es mich dann auch zum Glück kurz vor knapp auch nochmal hochgekorkt. Und dann bin ich da noch ins Ziel gekommen. Aber war halt leider zehn Minuten zu spät oder so, weil ich relativ lang suchen musste. Ja, macht nichts. War trotzdem ein geiler Tag, oder? Ja, super. Also mega cool. Alles mit dabei. Flachland, Berge. War richtig cool heute. Julia Jaus belegt den fünften Platz in der Damenwertung vor Ramona Eckert auf Platz 11. In der Teamwertung bleibt Team Deutschland weiterhin solide auf Platz 5. God bulk Track. Tschüss. Tschüss. Puitte oakland. Untertitelung des ZDF, 2020